Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem kunterbunten Kanal. Ja, ich zeige euch jetzt endlich mal meine Geranienpracht. Und zwar habe ich hier diese eine mit diesem wunderschönen Blütenknospen. Das ist wirklich eine bis hierhin. Die ist einmal gedüngt worden und hat von letztem Jahr überwintert auf dem Balkon, ohne umgepflanzt zu werden. Hier habe ich einen kleinen Ableger. Und da ist die andere Pflanze aus dem letzten Jahr. Auch diese hat prachtvolle, schöne Blütenknospen. Die erste hier geht auf und hier geht auch bei dieser Pflanze die erste auf. Das Nasse ist vom Nieselregen gerade draußen. Und ich bin so happy, dass die überlebt haben, weil ich dachte, das wird gar nichts. Im Frühling jetzt, also Februar, März, April, waren die ganz klein, am Austrocknen, schon ziemlich gelblich, bräunlich. Und ich dachte, das wird nichts, das wird nichts. Und jetzt, siehe da, habe ich mich mal wieder mit meiner Geduld eines Besseren belehren lassen und bin wirklich dermaßen mega happy. Wie gesagt, die wurden einmal gedüngt mit Flüssigdünger vor, ich glaube, sechs Wochen. Und jetzt haben wir Anfang Juni und ich habe hier so viele, viele, viele schöne Knospen. Bin so happy. Ja, wenn ihr Fragen habt sonst, wisst ihr wie immer, ab der Mitte in die Kommentare bitte. Und lasst ein Like da, wenn ihr mögt oder ein Abo. Tschüss.